Dieses Video soll eine ganz, ganz oberflächliche Behandlung des Thema Wellenwiderstandes sein. Die Frage nach Wellenwiderständen kommt leider öfter mal in Gesellenprüfungen vor und, naja, meinem Empfinden nach ist das nicht sonderlich sinnvoll, weil eigentlich an keiner Stelle bisher erklärt wurde oder mal eingeführt wurde, was ein Wellenwiderstand überhaupt sein soll. Die Aufgaben funktionieren dann üblicherweise so, dass gesagt wird, es gibt eine Leitung, die lässt sich durch dieses Ersatzschaltbild beschreiben, alternative Formulierung dieses Ersatzschaltbild, beides kann vorkommen, und die Aufgabe ist letztlich, bestimmen Sie den Wellenwiderstand der Leitung. Es ist das Problem, dass übliche Tabellenbücher, zumindest die, die ich gesehen habe, hierfür überhaupt keine Formel hergeben. Das heißt, man kann nicht mal blind, ohne irgendwas verstanden zu haben, irgendwas ausrechnen, geschweige denn, dass man irgendwas verstanden hat, weil das Thema halt absolut noch nicht vorkam. Und, naja, das ist ein Zustand, der ist natürlich nicht ideal, deswegen hier ein, ja, ganz oberflächliches Video. Ich habe hier diverse Probleme, das zu erklären, weil ganz, ganz viele Grundlagen noch nicht liegen und das Thema ohnehin eines der unangenehmsten ist. Also das Thema Wellenwiderstand und alles, was dazu gehört, ist so, würde ich behaupten, einer der fiesesten Teile der Elektrotechnik überhaupt. Hilft alles nix, genug gejammert, fangen wir mal an. Wir switchen jetzt erstmal eine Welt, die vermeintlich erstmal überhaupt nichts mit Leitungen zu tun hat, aber für das Verständnis, wie ich finde, notwendig ist und eigentlich kann man es, glaube ich, erstmal nur so verstehen, wir machen dann am Ende den Switch einmal zu normalen Leitungen und zu dem, was wir eigentlich machen wollen. Ausgangspunkt ist jetzt der folgende, wir machen uns um Wellenausbreitung Gedanken, genauer gesagt um Licht. Hoffentlich wissen wir alle, dass Licht eine elektromagnetische Welle ist, also da ist irgendwas mit Elektro und Magnet. Und die Vorstellung ist, warum ich Licht nehme, ist, weil man es sich gut vorstellen kann und das schon zigmal gesehen hat, originellerweise. Nehmen wir an, wir stellen uns mit einem Laserpointer vor einen riesigen Glasblock. Also Glasblock soll an der Stelle heißen, in Anführungszeichen, ein durchsichtiges Material. Wenn wir jetzt mit dem Laserpointer frontal auf diesen Glasblock drauf schießen, dann werden wir feststellen, dass ein Teil des Lichts zurückkommt. Man kennt das auch von Glasscheiben. Man hat immer so eine leichte Restreflexion auf der Glasscheibe drauf und ein Teil des Laserstrahls wird in diesen Glasblock rein, ja, eindringen, nennt man das dann tatsächlich. Und ja, das ist erstmal der Stand, den man, glaube ich, soweit kennt. Was man vielleicht auch noch kennt, ist, wenn man immer flacher auf diesen Glasblock schießt mit dem Laserpointer, dass sich dann einmal dieser Austrittswinkel ändert, der zurückkommt. Das ist dieses typische optische Prinzip, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Und dass es irgendwann einen Winkel gibt, wo es Totalreflexion gibt. So, warum passiert das eigentlich? Und wieso passiert das jetzt bei einem Glasblock? Passiert das bei jedem Material? Warum passiert das nicht in der Luft? Wir könnten uns ja vorstellen, wir schießen auf einen Luftblock, der irgendwo steht. Und da müsste eigentlich das Gleiche passieren. Nein, tut es nicht. Warum wird überhaupt was reflektiert? Entscheidend ist an dieser Stelle, dass hier das Material wechselt oder das Medium. Also das heißt, die elektromagnetische Welle trifft auf eine Kante und diese Kante verbindet zwei verschiedene Medien. Und zwar zum einen haben wir auf der einen Seite, da wo wir hoffentlich stehen, Luft. Wenn nicht, würden wir da nicht stehen. Aber gut. Also wir haben hier im Prinzip Luft und auf der anderen Seite haben wir Glas. Und diese Materialien sind unterschiedlich. Das ist logischerweise nicht dasselbe Material. Und wann immer eine elektromagnetische Welle auf sowas trifft, also auf einen Mediumswechsel oder ein neues Material, passiert immer das Gleiche. Es wird ein Teil reflektiert und ein Teil geht durch. Beziehungsweise gibt es noch einen Teil, der wird absorbiert, wenn das Zeug so gar nicht lichtdurchlässig ist. Wenn wir zum Beispiel wirklich eine schwarze Wand vorstellen, dann geht da nichts rein, sondern nichts durch, sondern es verschwindet einfach. Das nennt sich dann Absorption. Also wir haben mal drei Anteile. Ein Teil kommt zurück. Ein Teil geht durch das Material durch. Angenommen, es sei transparent. Und ein Teil wird von dem Material geschluckt. Und jetzt komme ich genau schon in das erste Dilemma, denn jetzt könnte man den, oder jetzt müsste man eigentlich den Wellenwiderstand einführen und sagen, was das sein soll. Und dafür müsste man sich jetzt wirklich eine elektromagnetische Welle angucken. Und das führt einfach viel zu weit. Deswegen mache ich jetzt folgendes. Ich führe diesen Wellenwiderstand ein und sage einfach mal ganz platt, das ist eine materialabhängige Größe. Ich sage mal eine Art Datenblattwert des Materials. Und dieser Größe Wellenwiderstand nimmt jetzt Einfluss drauf, wie viel von der Welle reflektiert wird. Wie gesagt, mit Licht finde ich sehr gut vorstellbar. Also beispielsweise habe ich eine weiße Wand. Die hat jetzt einen gewissen Wellenwiderstand. Da kommt extrem viel Licht zurück. Deswegen ist sie hell. Und ich habe eine schwarze Wand. Da kommt extrem wenig Licht zurück. Deswegen ist sie dunkel. Und ohne, dass ihr euch jetzt diese Formel hier merken müsst, müsst ihr wirklich nicht. Der Anteil der Welle, der reflektiert wird, der heißt tatsächlich dann Reflexionsfaktor. Also es ist nicht der Anteil der Welle, sondern der Faktor, wie viel von dem, was ich drauf schicke, zurückkommt. Das ist der Reflexionsfaktor. Der heißt R. Den kann man jetzt ausrechnen. Und zwar wie folgt. Das ist der Wellenwiderstand des Materials, in das ich, ja ich sag mal, übergehe, minus der Wellenwiderstand des Materials, aus dem ich komme, durch den Wellenwiderstand des Materials, in das ich reingehe, plus dem Wellenwiderstand des Materials, wo ich herkomme. Das heißt, in unserem Falle wäre das ZW2 hier das Glas, beziehungsweise Wellenwiderstand des Glases und der Wellenwiderstand der ZW1, also der Wellenwiderstand, wo ich herkomme, ist der Wellenwiderstand der Luft. Und auch das ist jetzt vielleicht irritierend, aber Luft hat einen sogenannten Wellenwiderstand. Ich werde hier jetzt nicht anfangen, irgendwelche Zahlenwerte reinzupacken, also irgendwelche wirklichen Materialkonstanten, das ist jetzt für den Moment nicht interessant. Was wir hier jetzt aber an dieser Formel sehen, und das ist eigentlich der springende Punkt, um den es dann auch später gehen wird, ist, nur wenn ZW1 gleich ZW2 ist, also wenn die Wellenwiderstände beider Materialien gleich sind, das heißt nicht, dass das Material gleich ist, ist, das Wellenwiderstand ist nur eine Materialeigenschaft, aber wenn diese Materialeigenschaft gleich ist, also ZW1 gleich ZW2, dann folgt daraus, dass R gleich 0 ist. Das sieht man hier, im Zähler steht ZW2 minus ZW1, wenn beide gleich groß sind, steht hier, was weiß ich, 10 minus 10, 10 minus 10 ist 0, egal durch was ich das teile, da kommt 0 raus. Das heißt, wenn ich, oder umgekehrt kann man sagen, wenn ich dafür sorge, dass beide Wellenwiderstände gleich sind, dann wird nichts reflektiert. Und jetzt sind wir an einem Punkt, also das ist der Punkt, der das Ganze überhaupt interessant macht, weshalb wir über sowas überhaupt reden wollen. Denn dafür gibt es jetzt eine einfache technische Anwendung, die Glasfaserleitung. Die Glasfaserleitung funktioniert im Prinzip genauso, wie wir es vorhin mit dem Laserpointer und dem Glasblock gemacht haben. Hier gibt es eine kleine Laser-LED oder ein Laser, im weitesten Sinne, was auch immer das genau für ein Laser ist. Vor diesem Laser wird eine Glasfaser angeschlossen und dieser Laser schießt einen Laserstrahl, der eben auch Licht ist und damit eine elektromagnetische Welle, in diese Glasfaser rein. An dieser Stelle hier ist penibel darauf zu achten, dass kein Lufteinschluss da besteht beim Einkoppeln, denn sonst passiert genau das, was wir oben schon mal gesagt haben, es wird sofort was reflektiert. Das wäre eigentlich schlecht, dann wird das Zeug gar nicht vernünftig in die Glasfaser einkoppeln und das wäre schlecht. Jetzt haben wir so ein Stückchen Glasfaser hingelegt und hinten haben wir nichts angeschlossen. Das heißt, wir haben hier einen Übergang von Glas nach Luft. Und wir haben schon mal gesehen, wenn man jetzt eine einfache Glasscheibe beispielsweise nimmt, da wird ein Teil reflektiert. Jetzt ist das Glasfasermaterial, das Material dieses Glasfaserkerns keine normale Scheibe, also es ist nicht das gleiche Glas, was wir in Fensterscheiben haben, sondern das ist deutlich, deutlich abweichend und in diesem Falle, wenn man sowas hier tut, dann wird hier ein sehr, 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 sehr großer Teil dieses Lichts, also dieses Lasers, zurückreflektiert. Also die Pfeile, die ich jetzt hier male, die finden dann auch wieder in der Glasfaser statt. Das ist jetzt nicht darüber, sondern das ist auch in der Glasfaser, aber dann kann man gar nichts mehr, wenn ich das mit reinmale. Und so ein Puls, so ein Laserpuls, den ich auf eine Glasfaser schieße, die hinten leer läuft oder wo einfach hinten nichts dran ist, der kommt nahezu komplett zurück. Also der spiegelt hinten, das ist wirklich wie ein Spiegel und wird hinten gespiegelt und kommt zurück und landet wieder beim Laser. Jetzt hat der Laser da gerade einen Watt reingeschossen oder einen Milliwatt reingeschossen und kriegt dann kurze Zeit später Milliwatt wieder zurück. Das kann dazu führen, dass der Laser schlecht weg kaputt geht. Das will man nicht. Was man also tun muss, wenn man eine Glasfaserstrecke betreiben will, man muss hier hinten jetzt einen Empfänger draufsetzen. Hoffentlich. Sonst empfängt ja keiner was. Also wir müssen hier hinten einen Empfänger draufpacken. Ich nenne ihn einfach Nummer E für Empfänger. Und dieser Anschluss dieses Empfängers, also dieser Teil hier, der an die Glasfaser angeschlossen wird, der muss einen Wellenwiderstand haben, der gleich dem Wellenwiderstand des Glases ist. Also des Glasfaserkerns. Wenn die beiden gleich sind, also wenn dieses ZW hier gleich diesem grünen ZW, das mache ich jetzt auch mal grün ist, nennen wir den hier ZW1 und nennen wir den anderen ZW2. Wenn die hier gleich sind oder umgekehrt die hier sollen gleich sein, dann geht kein Lichtimpuls zurück. Der Laser vorne wird nicht beschädigt und alles ist gut. Das ist also das Ziel. Das Ziel ist dafür zu sorgen, dass beide Wellenwiderstände gleich sind. In dem Falle funktioniert überhaupt erst eine Glasfaserübertragungsstrecke. Sonst würde die schon gar nicht gehen. Wenn wir jetzt nochmal von dem technischen Bereich weggehen und uns eine schwarze Wand vorstellen. Also stellen wir uns vor, wir sind im Raum, da sind alle Wände schwarz. Dann ist eine schwarze Wand genau wellenwiderstandsmäßig so gebaut, dass sie den Wellenwiderstand der Luft hat. Wenn diese schwarze Wand oder umgekehrt, die Wand ist deshalb schwarz, weil sie den gleichen Wellenwiderstand wie die Luft hat. Das heißt, jedes Licht, was ich auf diese schwarze Wand schieße, kommt nicht zurück. Es wird nichts reflektiert, weil beide Wellenwiderstände gleich groß sind. Und jetzt kommt eigentlich erst der Schritt zu dem, was ihr da überhaupt ausrechnen sollt. Denn, und das ist jetzt sehr ungewohnt, es gibt auch Wellenausbreitungen auf elektrischen Leitungen. Also im Prinzip auf einer Nym-Leitung oder auf einer Isti oder auf einem Twisted-Pair-Kabel ist es völlig egal. Auch da gibt es Wellenausbreitungen, das haben wir ja nur noch nie betrachtet. Und das ist auch was, das kommt uns eigentlich sehr, sehr, ja unwirklich, will ich fast sagen, vor. Dazu mal für die Vorstellung, also angenommen, ihr geht hin und nehmt einfach so ein Stückchen, ja, nehmen wir Nym-Leitung. 2 mal 1,5 oder irgendwie sowas, völlig egal. Ihr schließt hier vorne eine Spannungsquelle an, diese Spannungsquelle hat 10 Volt. Von mir aus Wechselspannung, das ist eigentlich jetzt an der Stelle erstmal gar nicht so relevant, ob gleich oder Wechselspannung. Dann würdet ihr doch jetzt, wenn ihr zum Beispiel hier hinten Widerstand anschließt, ich nenne den mal ARL für Erlast, dann würde man jetzt doch üblicherweise hingehen und sagen, ja gut, dann haben wir hier halt auch 10 Volt. Wenn ich ein bisschen genauer hingucke und sage, es ist Wechselspannung und würde sagen, hier ist eine sinusförmige Spannung, dann würde ich auch hier hingehen und sagen, es ist eine sinusförmige Spannung. Das heißt, diese Spannungen würden irgendwie gleich aussehen. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob hier ein gewisser Widerstand noch drin ist, sodass die Spannung hier hinten etwas kleiner ist. Das kennt man auch noch, das ist der Spannungsverlauf auf Leitungen. Aber so vom Grundkonzept her würde man das hier annehmen. Jetzt machen wir mal ein Gedankenexperiment. Wir gehen nämlich mal hin und sagen, wir haben verdammt gutes, leitfähiges Material. Also dieser Widerstand, der hier drin sitzt, interessiert uns jetzt erstmal nicht. Und wir machen diese Leitung einfach mal ewig lang. Also so wirklich lang. So wirklich, wirklich lang, dass die, was weiß ich, von hier bis einmal um die Welt geht. Wenn ich jetzt hier vorne dann einen Schalter einbaue und habe hier jetzt meine 10 Volt liegen und ich lege diesen Schalter um, habe ich dann exakt am Ende dieser ewig langen Leitung zum gleichen Zeitpunkt diese 10 Volt. Das kann eigentlich nicht sein, denn das weiß man vielleicht noch, ist letztlich Einstein und Relativitätstheorie oder die Basis der Relativitätstheorie. Es kann sich nichts in dieser Welt schneller ausbreiten als Licht. Lichtgeschwindigkeit, genauer gesagt Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, ist ein Geschwindigkeitsmaximum für jeden physikalischen Prozess, so auch für eine Spannung. Das heißt, zwischen hier 10 Volt gerade eingeschaltet und hier hinten 10 Volt angekommen, da muss eine Zeit vergehen. Das merkt man allerdings nicht in der normalen Welt, sage ich jetzt mal, deshalb, weil die Leitungen so kurz sind. Es sei an der Stelle verraten, dass sich so ein Puls auf der Leitung mit ungefähr Pi mal Daumen zwei Drittel Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Das heißt, wenn ich ein paar Meter Leitungen habe, dann merke ich davon absolut gar nichts. Und weil ich davon absolut nichts merke, vernachlässige ich das auch und kann mit U gleich R mal I und sowas Leitungen behandeln ohne Probleme. Das Blöde ist aber, wenn die Leitungen länger werden. Das ist die eine Variante. Oder wenn die Frequenz höher wird, der Schwingung, das ist die andere Variante, dann wird das plötzlich relevant. Und dann haben wir wirklich den Effekt, dass angenommen, wir würden diesen Schalter hier an und aus machen, also hier würde mal kurz eine Spannung auftauchen und dann wieder nicht. Also das wäre jetzt hier Schalter an, das wäre Schalter aus. Dass sich über die Zeit dieser Puls über die Leitung bewegt, das kann man wirklich messen. Also man kann theoretisch wirklich hingehen und sich mitten auf die Leitung stellen und mal einen Multimeter dran halten. Das geht jetzt nicht mal einen Multimeter, weil das ist zu langsam. Aber man kann wirklich feststellen oder man kann geradezu messen und sehen, wie dieser Puls diese Leitung lang läuft. das ist Wellenausbreitung auf elektrischen Leitungen. Es verhält sich wirklich eins, im Grunde genommen verhält es sich genauso wie Licht auf einer Glasfaser. Auch da ist uns klar, dass dieser Lichtimpuls sich auf der Glasfaser ausbreitet und hier ist es jetzt eben ein Spannungsimpuls. Und jetzt passiert was Lustiges, nämlich jetzt gibt es hier auch Reflektionen, denn das, was sich hier gerade auf der Leitung ausbreitet, ist ebenfalls eine elektromagnetische Welle. Und weil das eine elektromagnetische Welle ist, gibt es auch die gleichen Effekte wie bei elektromagnetischen Wellen allgemein, nämlich wie bei Licht zum Beispiel. Und auch hier passiert Folgendes, dieser Puls wandert bis ans Ende der Leitung und da ich von da aus jetzt, sage ich mal, auf den Lastwiderstand gehe, wechsle ich quasi das Material. Dadurch, dass ich das Material wechsle, wird aber ein Teil dieses Impulses, wie viel oder wenig, hängt jetzt wieder vom Material ab, zurückreflektiert und wandert zurück zur Quelle. Auch das kann ich auf elektrischen Leitungen durchaus nachvollziehen. Das kann ich sogar nutzen. Für die Leute, die vielleicht irgendwie in Langstrecken-Telefonie oder so oder Datenübertragung unterwegs sind, die kennen vielleicht Reflektometer, die nutzen diesen Effekt genau aus. Damit kann ich nämlich Störungen auf Leitungen finden. Also angenommen, hier hat mal Karl-Heinz mit der Axt reingehauen, dann hätte ich hier plötzlich vielleicht einen Kurzschluss. Ich würde also hier quasi gewissermaßen das Material ändern. Damit kommt der Puls schneller zurück. Aus der Zeit, die das Ganze braucht, kann ich letztlich sagen, wo diese Störung ist. Also es gibt ein ganz Messverfahren, die basieren da drauf und wirklich praktische Anwendungen auch dafür. Ja und naja, da das jetzt so ist, also ein Teil der Spannung wird reflektiert, kann man sich jetzt wieder fragen, naja gut, gibt es hier auch sowas wie Wellenwiderstand und tatsächlich gibt es den. Und auch hier ja, legt man jetzt einen Reflexionsfaktor fest und sagt, wie viel von der Spannung kommt wieder zurück. Und dieser Reflexionsfaktor lässt sich jetzt witzigerweise genauso ausrechnen wie vorher, nämlich indem ich sage, das ist der Wellenwiderstand, den ich hinten an die Leitung anschließe, nennen wir ihn ZW2, minus den Wellenwiderstand der Leitung selbst. Wir erinnern uns vielleicht noch, naja, nennen wir ihn hier nicht ZW2, nennen wir ihn vielleicht ZWL für Wellenwiderstand der Last oder so. Wir erinnern uns vielleicht, dass wir das vorhin auch gemacht haben, nämlich hier war es ZW der Luft, jetzt ist es ZW der Leitung und dieser Reflexionsfaktor lässt sich auf gleiche Art und Weise ausrechnen. Und auch hier sehen wir an dieser Konstruktion, wenn jetzt der Wellenwiderstand der Last und der Wellenwiderstand der Leitung gleich sind, kommt nichts zurück. Und genau das möchte man jetzt auch wieder, wenn man Datenübertragungsleitungen nimmt und schickt Spannungspulse, also Bits, sage ich mal, auf eine Leitung drauf und man kriegt diese Bits alle wieder zurück, dann kann das schon mal den Sender hier belasten oder kaputt machen. Es gibt noch ganz andere Effekte, die da entstehen. Wie gesagt, ich kann jetzt hier nur völlig oberflächlich agieren, aber meistens möchte man das in der Datenübertragung nicht. Man möchte keine Reflektionen haben. Jetzt kommt noch eine Sache, die ist sehr schön, denn die Frage ist ja jetzt vielleicht, naja, wie groß ist denn der Wellenwiderstand einer Last? Na ja, wenn ich da jetzt den Lastwiderstand RL anhänge, dann ist das in diesem Fall genau RL. das heißt, wie viel von meiner Spannung hinten an der Leitung reflektiert wird, hängt im Wesentlichen davon ab, wie groß ich den Lastwiderstand wähle. Das Ganze lässt sich in Formel so gießen, wie gesagt, die Formel könnt ihr hier hinterher wieder vergessen. Aber, der Gag ist jetzt folgender, wenn ich den Lastwiderstand gleich den Wellenwiderstand der Leitung wähle, kommt nichts zurück. Wähle also den Abschlusswiderstand gleich dem Wellenwiderstand der Leitung, dann hast du keine Reflexion. Und das ist meistens der Sollzustand, den wir üblicherweise in der Datenübertragung haben wollen. Jetzt muss man hier eigentlich auch kein Riesenfass aufmachen, insofern wundert mich das auch immer, dass das in den Gesellenprüfungen vorkommt, denn das ist einfach durchgenormt. Man kommt eigentlich in der Praxis, so wie ich das jetzt spontan sehen würde, selten überhaupt damit in Kontakt. Also man findet manchmal in Datenblättern so Angaben für Wellenwiderstand ja okay, aber wenn ich zum Beispiel hingehe und kaufe ein Twisted-Pair-Kabel, was ich für Ethernet oder für Netzwerktechnik allgemein benutzen möchte, dann ist das genormt, dann hat dieses, egal ob das Cat5, Cat4, Cat6, Cat7 ist, dann hat das einen gewissen Wellenwiderstand. Ich kenne ihn nicht mal auswendig, ehrlich gesagt, müsste um die 100 Ohm irgendwo liegen. Und alle meine Empfänger, also alle Netzwerkinterfaces, Router, Switches, Netzwerkkarten, völlig egal, die sind alle auf diesem Wellenwiderstand schon genormt. Das heißt, es gibt eine ganze Klasse von Leitungen, eben Cat irgendwas Leitungen, die sind alle, die haben alle den gleichen Wellenwiderstand oder ungefähr den gleichen Wellenwiderstand. Damit sind auch alle Geräte drumherum, die man da anschließen kann, sowieso schon so durchgenormt, dass man sich darum einfach keine Gedanken machen muss. Deswegen wundert mich das gerade, dass das eben in solchen praktischen, also ich sag mal praxisorientierten Prüfungen überhaupt vorkommt. Gut, jetzt haben wir gesehen, Wellenwiderstand, was ist das oder warum interessiert der uns überhaupt und was ist eigentlich unser Ziel? Und jetzt kommt noch eine Sache, die das letzte Vorgeplänkel ist, bevor wir dann wirklich zum Rechnen kommen können und zum Ausrechnen kommen können, nämlich, wenn ich nochmal überlege, ich habe eine Leitung, man symbolisiert, wenn diese ganze Geschichte mit Wellenwiderstand der Leitung relevant wird, eine Leitung übrigens sehr gerne mal so, also wenn ihr sowas mal seht, dann ist das hier eine Leitung, die nicht vernachlässigbar kurz ist und wo dieses ganze Thema, was wir hier gerade überhaupt beargern, irgendeinen Sinn ergibt. Nehmen wir an, wir haben eine Leitung mit einem gewissen Wellenwiderstand und jetzt haben wir ja gesagt, jetzt wollen wir hingehen und hinten als Last oder als Empfänger oder was auch immer man da jetzt hinten anschließt, wollen wir dafür sorgen, dass auch hier ein Lastwiderstand angeschlossen wird, der gleich ZW ist. In diesem Falle hätten wir Reflexionsfreiheit, Spannungsimpulse, die wir hier reinschicken, kommen nicht wieder zurück. Die letzte Frage, die man sich jetzt stellt, wenn ich das so tue, was messe ich denn dann hier vorne eigentlich für eine Impedanz oder für einen Widerstand? Jetzt könnte man einen Fehler machen und das ist auch das gefährliche an dem Begriff Wellenwiderstand. Man könnte jetzt irgendwie auf die Idee kommen, naja gut, das ist ZW der Leitung, das ist ja sowas hier wie eine Reihenschaltung, plus ZW hinten, also ich hätte zweimal ZW und das ist gerade nicht so. Man muss hier höllisch aufpassen, der Wellenwiderstand ist kein Widerstand im ohmschen Sinne. Ich kann auch einen Wellenwiderstand nicht mit einem Multimeter messen oder sowas. Das ist auch nicht U durch I im engeren Sinne. Das ist eben eine Größe, die die Wellenausbreitung auf der Leitung irgendwie beschreibt. Also bitte jetzt nicht hier auf die Idee kommen zu sagen, naja ich messe hier vorne rein zwei ZW. Ne, tut man nicht. Und das ist jetzt eine Wahrheit, die vom Himmel fällt. Ich glaube nicht, dass ich die, ne, die kann ich nicht mal eben so didaktisch, also ne, nicht so reduziert, dass man das jetzt mal eben verstehen kann erklären. Das führt viel zu weit. Das Interessante ist jetzt folgendes und das ist eigentlich der springende Punkt, man misst hier vorne, also wenn man jetzt hier vorne die Impedanz messen würde, misst man hier tatsächlich einmal ZW, nicht zweimal ZW. Also man kommt wie gesagt auf die Idee zu sagen, das ist ZW plus ZW, also zwei ZW. Nein, tut man nicht. Man misst hier nur das ZW dieses Lastwiderstandes. Das heißt, gucke ich vorne in die abgeschlossene Leitung rein, messe ich ZW. Und das ist das letzte Vorgeplänkel, was wir brauchen, um jetzt eigentlich unsere Aufgaben zu lösen. Und ich werde jetzt diese Aufgaben einmal in, ich sage mal, sehr aufwendig lösen und dann fällt hinterher eine Kurzformel dafür ab. Also nochmal zusammengefasst, wenn ich hinten an eine Leitung, oder man sagt, eine Leitung mit dem Wellenwiderstand abschließe, das ist eigentlich die korrekte Formulierung, will sagen, ich schließe hinten den Lastwiderstand an, der dem Wellenwiderstand der Leitung entspricht. Wenn ich eine Leitung mit dem Wellenwiderstand abschließe, dann sehe ich vorne als Impedanz oder als Widerstand den Wellenwiderstand der Leitung. Das ist gerade jetzt die Kernaussage und genau so begeben wir uns jetzt gleich in die Rechnerei. Und die Gesellenprüfungsaufgabe, sie tut jetzt so, und das geht tatsächlich in der Praxis, das tut man üblicherweise oder das tut man häufig, die tut jetzt so, dass man Leitungen durch so ein Ersatzschaltbild darstellen kann. Das nennt sich übrigens Pi-Ersatzschaltbild, deshalb, weil man hier, wenn man sehr viel guten Willen hat, irgendwie ein Pi erkennen kann. Das andere, das wäre dann Aufgabentyp B, das wäre diese Variante hier, das nennt sich dann T-Ersatzschaltbild. Das sind so allgemeine Grundkonstrukte, das ist so ein bisschen wie Reinschaltung und Parallelschaltung. Das sind so Grundbausteine von Schaltungen, mit denen man ja, vieles erfassen kann. Auf jeden Fall geht die Aufgabe hin und fragt, wie groß ist denn ZW dieser Leitung? Meistens ist es so gestrickt, oder in den GPs ist es so gestrickt, dass alle Widerstände den gleichen Wert haben. Das muss nicht so sein. Das Einzige, was tatsächlich immer so sein muss, ist R1 ist gleich R3, also der hier ist gleich dem, weil das Ganze symmetrisch sein muss. Wenn ich die Leitung quasi nur einmal rumdrehe, darf sich nichts ändern. Wenn ich die Leitung aber rumdrehe, würden die hier die Position tauschen. Entsprechend müssen sie gleich groß sein. Ja, wie gehen wir jetzt da dran? Wir gehen jetzt mit dem dran, was wir hier oben angenommen und gesagt haben. Also ich kann nicht sagen, gezeigt haben, weil das haben wir nicht gezeigt, das musstet ihr mir jetzt glauben, aber das ist der Ausgangspunkt für die weiteren Betrachtungen. Und zwar, wenn ich diese Leitung, die ich offensichtlich so beschreiben kann, mit ZW abschließe, das heißt, wenn ich an diese Leitung hier ZW anschließe, einen Wellenwiderstand, den ich wohlgemerkt noch nicht kenne, ich tue jetzt so, als würde ich ihn kennen, aber ich kenne ihn eigentlich gar nicht, dann sehe ich vorne oder messe ich vorne die Impedanz ZW. Und dieses Schaltungsszenario ist jetzt genau das, was wir zum Rechnen benutzen. Also, wir tun jetzt so, oder wir gehen jetzt hin und sagen, wir schließen hinten den richtigen Wellenwiderstand an. Wert kennen wir nicht, aber wenn wir das tun, dann messen wir vorne ZW. Und das ist jetzt der Ansatz für unsere Berechnungen. Man geht jetzt nämlich hin und sagt, ZW ist gleich, also der Wellenwiderstand hier vorne ist gleich und jetzt können wir hier ganz normal den Widerstand dieser Schaltung ausrechnen. Und in dieser Berechnung dieses Widerstandes dieser Schaltung taucht jetzt wieder ZW auf und wir müssen hinterher hingehen und das Ganze nach ZW umformen. Naja, und jetzt müssen wir eben die Impedanz oder den Widerstand dieser Schaltung ausrechnen. Das machen wir jetzt quasi ja, straight forward. Also wir gehen hin und sagen, naja, hinten ist eine Parallelschaltung, die fasse ich erstmal zusammen. Also ich nenne das Ding hier jetzt mal R3ZW oder so. Ist ein bisschen komisch, die Bezeichnung, aber gewusst, was gemeint ist. Das ist die Parallelschaltung und R3ZW ist nichts anderes als naja, parallel geschaltet halt. ZW mal R3. Ich mache es einfarbig. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit Farben zu wechseln. Also ZW mal R3 geteilt durch ZW plus R3. Das ist diese Parallelschaltung da hinten. Diese Parallelschaltung liegt jetzt in Reihe zu R2. Das heißt, wenn ich dieses ganze große Ding hier nehme, dann habe ich, nennen wir es vielleicht R23ZW. Dann habe ich, da stehe, R2 plus ZW mal R3 durch ZW plus R3. Und jetzt habe ich im letzten Schritt dieses ganze Konstrukt, dieses R23ZW und das liegt parallel zu R1 und das ist letztlich das, was hier rauskommt. Das heißt, ich habe die Parallelschaltung aus R1 mal R2 3 ZW und da kommt das hier raus. Und jetzt könnte ich hingehen oder muss jetzt diesen ganzen Krempel quasi wieder einsetzen. Und diesen ganzen Krempel einzusetzen und das Ganze nach ZW umzuformen ist jetzt nicht ganz unaufwendig. Und da überlege ich gerade selber, wie ich da am liebsten oder am besten drangehe. Und naja, da es ja jetzt für eine Gesellenprüfung ist und bisher in allen GPs, die ich gesehen habe, folgendes gemacht wurde. Das vereinfacht jetzt einfach die Rechnung. Also grundsätzlich müsste man jetzt einsetzen und nach ZW umformen. Aber in allen GPs bisher nehmen die einen ganz, ganz speziellen Spezialfall. Die sagen nämlich ganz simpel R1 ist gleich R2 ist gleich R3. So, und dadurch vereinfacht sich relativ viel, wie wir jetzt auf den nächsten Seiten eben sehen werden. Dann kann ich nämlich hierhin schreiben, erstmal, nee, fangen wir rechts an. Dann kann ich jetzt alle R1, R2, R3er durch irgendein R ersetzen, also einfach nur durch R. Das heißt, hier steht netterweise jetzt R plus ZW mal R3 oder quatsch R3, R eben, das ist ja der Gag. R durch ZW plus R. Kann man noch nicht ganz erkennen, was das soll. Ich form mal um. Man kann es R einmal ausklammern, das heißt, hier steht R mal 1 plus ZW durch ZW plus R. sieht auch noch nicht so viel besser aus, aber wir werden gleich sehen, dass man damit ein bisschen was zumindest kürzer rechnen kann. Dennoch, hier komme ich jetzt nicht drum rum, das einzusetzen, das heißt, ich ersetze auch hier R1 durch R, also steht hier R mal R, das ist dieses R jetzt, mal 1 plus ZW durch ZW plus R durch R von da, also auch ein R, plus R mal 1 plus ZW durch ZW plus R. So. Was ist daran, Entschuldigung, ist das jetzt gut? Ich kann jetzt ein R kürzen, vielleicht sieht man, das hier oben steht R als Vorfaktor, hier steht R als Vorfaktor, hier steht R als Vorfaktor, das heißt, ein R kann ich auf jeden Fall kürzen. Zum Beispiel das. Und dann steht hier unten noch eine 1. Das heißt, hier steht jetzt R mal 1 plus ZW durch ZW plus R durch R 1 plus ja. Das macht die Sache ein bisschen schöner. 1 plus ZW durch ZW plus R. Also steht hier schon 2. Lösche ich, schreibe man 2. So. Soweit so gut. An Einheiten erkennen wir auch, dass das gerade momentan passt. Also hier soll ZW rauskommen, hat die Einheit oben. Hier steht die Einheit oben und die Dinger hier haben alle keine Einheit. Dementsprechend scheint es schon mal irgendwie halbwegs aufzugehen. Ja, dennoch kommen wir jetzt nicht an viel Rechnerei vorbei. Der nächste Schritt wäre die Doppelbrüche auflösen. Das ist jetzt so, wie wir es immer mal hatten. Ich hatte euch irgendwann mal gesagt, es gibt so im Prinzip nur einen komplexen Typ von Gleichungen, die wir haben. Das ist, ich suche eine Größe und die taucht in Doppelbrüchen auf. Schlimmer wird es nicht. Und das ist jetzt genau ein Fall von möglichst schlimm. Der erste Schritt, den ich mache, ist die Doppelbrüche auflösen. Das kann ich tun, indem ich 1 durch ZW plus R, also diesen Nenner, sowohl oben als auch unten, ausklammer. Dann kann ich ihn danach direkt kürzen. Ich mache es schnell, deshalb, weil ich mir denke, wenn das jemanden überhaupt interessiert, kann er das ja vielleicht für sich nachvollziehen. Also dann kennen wir hier raus, R, das ziehe ich mal vor als Vorfaktor, den ziehe ich vor einen Bruch, interessiert mich jetzt erstmal nicht weiter. Dann steht hier oben noch ZW plus R, das ist jetzt dieser ehemalige Nenner, plus ZW von dem Zähler vorher, geteilt durch zweimal ZW plus R, das ist der ehemalige Nenner, plus ZW, so sieht das Ganze jetzt aus. Joa, soweit so gut. Jetzt sortiere ich schon mal ein bisschen nach und fasse schon mal zusammen, also erstmal kann ich oben zusammenfassen, denn hier steht ZW plus ZW, das sind zwei davon, also zwei ZW, R mal, oben steht jetzt zwei ZW plus R, und unten steht, ja da, unten sortiere ich mal vor, so, was gibt's da, da gibt's zwei ZWs und noch ein ZW, dort sind dann drei davon, also drei ZWs, plus zwei von den R's, so, ja, soweit so gut, jetzt haben wir aber immer noch hier stehen, ZW kenne ich nicht, ist gleich irgendwas Bruch von ZW, das heißt, wir müssen jetzt hingehen und mal mit diesem Nenner multiplizieren, wenn wir mit diesem Nenner multiplizieren, steht auf der linken Seite, da stand ja mal ZW, dann steht jetzt ZW mal der Nenner, also ZW plus 3 ZW plus 2 R, so, und, äh, auf der rechten Seite steht R mal 2 ZW plus R Quadrat, also ich hab den hier oben jetzt rein multipliziert, so, ähm, soweit so gut, linke Seite, äh, rechne ich die Klammer aus, also steht hier 3 ZW Quadrat, bei ZW mal ZW, plus, äh, zweimal, äh, ZW, oder machen wir es anders, machen wir plus ZW mal 2 mal R, ist gleich, äh, 2 mal R mal ZW, plus R Quadrat, so, äh, nächste Seite, noch mehr Spaß, hervorragend, äh, 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 was mach ich hier, ach so, ich will noch ZW, ja richtig, so, ähm, bringe alles auf eine Seite, was mit ZW zu tun hat, und, äh, ne, ich bringe einfach alles auf eine Seite, das heißt, ich subtrahiere 2 mal R mal ZW, und ich subtrahiere R Quadrat, dann steht auf der linken Seite, und jetzt sortiere ich mal um, deshalb, weil ich hier sowas haben will, wie ZW Quadrat mal irgendwas, dieses irgendwas ist jetzt erstmal die 3, plus, und jetzt sammle ich erstmal alles ein, was mit ZW zu tun hat, ZW mal, da habe ich hier 2 R, und ich subtrahiere nochmal 2 R, wie praktisch, das ist ja schön, das fällt ja weg, wie toll, so, äh, und ich muss noch R Quadrat subtrahieren, soweit, so gut, ist gleich 0, ja wie schön, das fällt jetzt weg, und übrigens, das alles würde nicht passieren, wenn man nicht sagen würde, alle sind gleich groß, dann wäre es viel, 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 viel hässlicher, und was hier jetzt noch steht, ist, ZW Quadrat mal 3, ähm, minus R Quadrat, ist gleich 0, wie praktisch, äh, sagte R mal 3, und vergaß sie, schreibe ich sie hier, so, gut, ich hätte das R Quadrat oben nicht rüber bringen, sondern das war jetzt ein völliger Stuss, ich dachte, da kommt eine vernünftige quadratische Gleichung raus, aber es ist eine unvernünftige quadratische Gleichung, so, äh, dann steht hier noch, äh, und ich teile mal durch 3, so, durch 3, dann steht hier auf der linken Seite, ZW Quadrat, ist gleich R Quadrat durch 3, das ist doch sehr schön, weil jetzt kann ich eine Wurzel ziehen, und wenn ich die Wurzel aus ZW Quadrat ziehe, kommt hier formal plus minus ZW raus, ich gucke mir aber nur die positive Lösung an, deswegen steht hier als positive Lösung nur noch R durch Wurzel 3, und tatsächlich, es ist kein Scheiß, das kommt da auch raus, ähm, mehr ist es nicht, gilt jetzt bescheuerterweise nur für den Spezialfall, alle Widerstände sind gleich groß, und das ist garantiert eine Formel, also ich wüsste nicht, warum die in irgendeinem Tabellenbuch irgendwo auftauchen sollte, weil das so an den H an herbeigezogen ist, ähm, ja, das war's aber, also, wenn jetzt R irgendwie 100 Ohm ist, dann ist halt ZW 100 Ohm durch Wurzel 3, Punkt, fertig, aus, ja, das ist die Gleichung, die wir suchen, das heißt, ähm, für diese Schaltung hier, und jetzt mache ich die mal direkt in Spezialform, eben alle Widerstände gleich groß, für diese lustige Schaltung, äh, gilt, so, gilt, ja, eben das hier, ne, wenn alle R groß sind, dann gilt ZW dieses Konstruktes, ist R durch Wurzel 3, ja, schön, gibt es jetzt noch die Variante B, mit dieser Ersatzschaltung hier, das Spiel können wir jetzt auch nochmal spielen, nämlich, äh, naja, was kommt hier raus, da mache ich jetzt mal direkt von Anfang an den Spezialfall, auch da müssen wir im Prinzip wieder hingehen und zusammenfassen, hier steht, das hier ist R plus ZW, weil die in Reihe geschaltet sind, diese ganze Kiste hier, wird parallel geschaltet zu einem R, das heißt, das ist dann R mal R plus ZW, also nochmal vom lilanen, ich denke, was ich hier hinschreibe, ist irgendwie nachvollziehbar, R plus ZW, durch den, so, das ist der orange Part, und jetzt der grüne, da kommt noch ein R dazu, so, das ist der hier, also ist der grüne, der Gesamtwiderstand der Schaltung, insgesamt, R plus, das ist ja echt relativ übersichtlich, das ist ja ein bisschen netter als eben, also steht hier R plus R mal R plus ZW, oben und unten steht R plus R plus ZW, das ist unsere Gesamtschaltung, auch da sehen wir jetzt dadurch, dass die R's, also ich mache jetzt nur den Spezialfall, denn was anderes wird eh nicht gefragt, dadurch, dass die R's alle gleich groß sind, können wir schon relativ viel zusammenpacken, hier oben steht R Quadrat plus R mal ZW, und unten steht R plus R sind 2R, also steht hier 2R plus ZW, so, und das ganze Ding ist gleich ZW, und jetzt haben wir wieder das gleiche Spiel, erkennen wir, ZW suchen wir, also was machen wir, wir, ja, müssen den Bruch loswerden, also multiplizieren wir wieder mit dem Nenner, und multiplizieren mit 2R plus ZW, dadurch steht links ZW von vorher mal 2R plus ZW, das wir jetzt eben hin multipliziert haben, ist gleich jetzt den hier nicht vergessen, R mal diese Klammer, R mal 2R plus ZW, Himmel Herr Gott noch mal, ähm, was, wo bin ich denn? Ach so, da, ja, plus R Quadrat, das ist jetzt der Zähler hier oben, R Quadrat plus R mal ZW, so, ähm, wir multiplizieren alle Klammern aus, dann steht hier ein ZW Quadrat mal 2R, das ist die linke Seite, ne, ich hab hier irgendwas, ne, hier muss ein Plus stehen, so, da steht ZW Quadrat, das ist der eine, plus ZW mal 2 mal R, so, das ist der andere, und das ist gleich, auf der anderen Seite steht jetzt, dieser hier, 2 mal R Quadrat, plus dieser hier, plus R mal ZW, plus noch ein R Quadrat, das sind schon 3R Quadrate, plus noch ein R mal ZW, das heißt, äh, links steht, naja, müssen wir erstmal so stehen lassen, plus ZW mal 2 mal R, ist gleich, so, 2R Quadrate, noch ein R Quadrat dazu, sind 3R Quadrate, ein R ZW, noch ein R ZW, sind 2R ZW, und, naja, schön, soweit so gut, jetzt sieht man vielleicht, dass hier, 2 mal R mal ZW addiert wird, und hier auch, das heißt, ich könnte das jetzt einmal subtrahieren, dann verschwindet es auf beiden Seiten, und dann bin ich schon fast fertig, dann jetzt steht hier links nur noch, ZW Quadrat ist gleich 3R Quadrat, wie schön, ja, ich will ZW haben, also ziehe ich eine Wurzel, also steht hier, ZW ist gleich Wurzel 3 mal R, zack, fertig, das ist jetzt die Formel, für diese lustige Schaltung hier, wenn wohlgemerkt, wieder alle Widerstände gleich groß sind, ja, soweit so gut, das ist an sich, im Ergebnis ja jetzt gar nicht schlimm, aber, ich sag mal so, wenn man das jetzt nicht kennt, und wenn man jetzt nicht so gut rechnen, und umformen kann, dann halte ich das für eine sehr sportliche Aufgabe, auf jeden Fall habt ihr jetzt für diese beiden Fälle, die Fertigformel, verwechselt sie nicht, einmal steht hier Wurzel 3 mal R, und im anderen Fall steht hier R durch Wurzel 3, also hier ist das ZW kleiner als R, und unten ist das ZW größer als R, einmal Faktor Wurzel 3 größer, das andere mal um den Faktor 1 durch Wurzel 3, hier kann man das, man kann sich das aber merken, denn hier liegt ein R in Reihe, wenn hier R schon in Reihe liegt, kann das Ergebnis nicht kleiner als R werden, damit muss die Variante Malwurzel 3 zu dieser Schaltung gehören, also falls man da jetzt irgendwie in der Prüfung sitzt, und nicht mehr weiß, was wozu gehört, einfach mal kurz überlegen, hier liegt R noch in Reihe, das Ergebnis muss größer sein als R, ja, soweit so gut, viel Rechnerei, viel Nonsens, zwei Formeln, und jetzt kommt das Interessante, also ich fasse das nochmal ganz kurz hier zusammen, für die Leute, die jetzt alles geskript haben, wie ich finde, völlig zu Recht, die eine Variante war, ich kann so ZW ausrechnen, das war für die Pi-Ersatzschaltung, wie sie dann heißt, also für diese hier, und ich kann ZW ausrechnen mit dieser Formel hier, Wurzel 3 mal R, wenn es um die sogenannte T-Ersatzschaltung geht, auch soweit so gut, auch soweit so gut, das habe ich jetzt fertig, und jetzt ist es so, und das kann man jetzt auch noch sehr, 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 sehr aufwendig beweisen, dass witzigerweise auch folgendes gilt, und wie gesagt, der Beweis hierfür, der ist irgendwie noch viel sperriger, und deswegen lasse ich den jetzt mal weg, wir haben es ja jetzt quasi spread forward ausgerechnet, lustigerweise kann man den Wellenwiderstand auch wie folgt ausrechnen, das ist die Wurzel aus Z0 mal ZK, wobei Z0 im linken Beispiel heißt, ich schließe einen Leerlauf an, das ist also wirklich diese Schaltung, also Z0 ist der Widerstand dieser Schaltung hier, mit einem angeschlossenen Leerlauf, angeschlossener Leerlauf heißt, ich schließe hinten gar nichts an, also das hier, das ist das Z0, und das ZK wäre, ich schließe hinten einen Kurzschluss an, in dem Falle sähe das dann so aus, vielleicht erkennt man hier, dass wenn ich hier hinten einen Kurzschluss anschließe, dass der hier dann aus dem Spiel ist, und was hier rauskommt, sind einfach die beiden parallel, da ist ZK relativ simpel, ja, die kann ich jetzt beide ausrechnen, kann sie dann multiplizieren, die Wurzel rausziehen, und witzigerweise kommt dann das hier raus, das kann man ja nochmal zur Übung machen, und im anderen Falle hier sähe das Ganze jetzt so aus, das Z0 wäre wieder angeschlossener Leerlauf, das heißt, da ist die Variante jetzt sehr einfach, denn wenn ich hier hinten einen Leerlauf anschließe, dann fließt hier kein Strom, wenn da aber kein Strom fließt, ist es auch völlig egal, dass dieser Widerstand hier existiert, und ich kann den quasi killen, was ich dann habe, ist einfach nur noch R plus R, also 2R für Z0, so weit, so gut, und das ZK sähe in dem Falle jetzt wiederum komplizierter aus, das wäre halt dieser hier, ähm, Widerstand, und hier hinten jetzt eben kurz geschlossen, in dem T-Ersatz-Schaltbild ist halt der ZK-Fall der komplizierte, und der Z0-Fall der einfache, in diesem Pi-Ersatz-Schaltbild hier ist der Z0 der kompliziertere, und der ZK der einfachere, beide kann man jetzt für sich genommen ausrechnen, in diese Formel hier einsetzen, die gilt wie gesagt für beide Fälle, deswegen mache ich hier diesen Strich mal weg, gilt für beide Fälle, kann man jetzt universal für beide Varianten nutzen, muss man allerdings wieder ein bisschen rechnen, wenn man jetzt so gar nicht rechnen will, merkt man sich jetzt diese beiden Fertigformeln hier, nach denen euch nie mehr irgendwann jemand fragt, die man wirklich niemals braucht, und könnt direkt ausrechnen, und nachdem ich jetzt Kopfschmerzen habe, hoffe ich, dass euch das jetzt irgendwie hilft, ich traue mich fast nicht, diesen Schrott hier auf YouTube sichtbar zu machen, aber egal, ja, schönen Abend noch.